Will? Lienberg kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay? Wir wissen, dass Beth Wilder Ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen Sie wohl auch den Rest? Nein, denn jeder, der sah, was Sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. Danke für die Waffe, Arschloch. Beth Wilder hat Ihre Tarnung riskiert, um Sie zu retten. Hört sich nicht so an, als hätten Sie sich revanchiert. Nein. Habe ich nicht. Das ist noch was. Upgrade-Menü. Kiefer Impuls, Zeitstopper höhere Stärke. Weiter Fokus. Kiefer Impuls, Zeitform, stọnere Stärke nhiều- und Dauert länger an, aha, ok, was haben wir hier, Zeitstopper, höhere Stärke, den haben wir jetzt gut benutzt, öfters benutzt, so haben wir noch mehr Punkte, ne, ok, das können wir uns zum Schluss, gucken wir uns das an, wenn wir hoffentlich alle freigeschalten haben, ok, in Ordnung. Das war der Industriegebiet, warum bin ich hier? Cool. Hier muss ich lang. Ok, nix, hab schon gedacht, da gibt's vielleicht noch mal was. Das ist Turbo-Oktar, weil es so gut ist. Oh, okay. Geil. Das ist seltsam. Äh. Okay, hält nicht lange an. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinander gebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Oh, okay, das ist hier oben. Geil, geil gemacht. Ja. Okay, hier wollte ich so rein. Macht schon Sinn, oben hinzuholen, hier kommen wir hier auch nicht so rein. Immer nichts Neues von Burke zum Aufenthaltsort von Jack Joyce. Nun gut. Holt mich mit einem Helikopter an den Trocken Docks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden. Ankunft des Helis. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen. Dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Konzentriert euch auf unsere PR-Kampagne. Amy Ferreros Geständnis wird in wenigen Minuten gesendet. Was ist mit Jack Joyce? Sobald das Geständnis gesendet wurde, wird die ganze Stadt... Diese Tafel war der erste Hinweis. Monarch hatte eine riesige PR-Kampagne gestartet, um seinen Ruf zu schützen. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Ja, die haben alle hier so einen Plan, wie sie immer das machen wollen. Was macht das Unterteam mit diesen Videokameras oben in A3? Was macht das Unterteam mit diesen Videokameras oben in A3? Dann wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnis-Videos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um für etwas Ablenkung zu sorgen. Die Medien werden sich darauf stürzen und Amy wird gestehen, dass die Demonstranten hinter der Sache stecken. Glaubst du wirklich, das reicht? Wir haben ganz schön Radau gemacht. Du hast noch nicht gesehen, wie Serene und Hedge zur Höchstform auflaufen. Elf Minuten, nachdem wir verschwunden waren, hatten die Cleaner jedes Einschussloch zugespachtelt. Die Polizei... Direkt dahin! Achtung, Granate! Nein 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 zu Ende! Verschnapper! Sie istふ나 aufgerüstet worden. Halt. Neue Hipster! Auf! Nein nein nein! Das ist Todesintere. Einheit kann sich nicht versetzen. Einheit kann sich nicht bewegen. Einheit kann sich nicht versetzen. Feuer! Feuer! Er ist genau hier! Er ist genau hier! Umgehen! Marsch auf! Das ist für Will! Schade. Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Kein Strom. War ja klar. Hm. Oh. Na also. Was ist das? Hallo? Jack, hier spricht Beth Wilder. Beth? Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wild ballernd durch die Lagerhalle zu retten. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Krone- und Gewinnungsanlage von Monarch und Paul Serene befindet sich an den Trocken-Docs in der Nähe. Keine gute Mischung. Also sollten wir... Die Trocken-Docs. Wenn Paul bei den Trocken-Docs ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein. Jack, wir haben zur Zeit nur eine Priorität. Und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest. Denk drüber nach. Hm, der geht ja sehr weit hoch. Okay. Paul war weiter weg in den Trocken-Docs. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Ich hab getan, was Sie von mir verlangt haben, okay? Bitte, bitte lassen Sie mich einfach gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, Amy. Sie haben es gerade gesendet. Aber Hedge will noch ein Geständnis. Hast du das Skript? Ja, das hier ist etwas reflektierter, so in der Art. Ich wünschte, wir könnten das alles rückgängig machen. Dave wird das mit dir machen. Dave? Ihr nennt eure Namen. Ihr werdet mich nicht gehen lassen, oder? Ihr werdet mich niemals gehen lassen. Bitte. Ich habe nichts getan. Ich habe nur... Das ist nicht fair, oder? Nutze dieses Gefühl vor der Kamera. Die Demo ist außer Kontrolle geraten. Zum Glück war Monark dort, um uns zu retten. Nein. Nicht mehr. Das wird die Sache nicht unbedingt einfach. Hör auf! Hör auf! Gott sei Dank. Jack Joyce. Du. Von der Demo. Was machst du? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht. Aber Sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben dich wozu gezwungen? Was ist hier los? Sie haben mich dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu machen. Für die Nachrichten wohl. Es tut mir so leid, Jack. Sie waren bewaffnet. Hey. Was du auch getan hast. Es ist nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Oh Gott. Ich wusste, dass Monark etwas im Schilde führt. Aber das ist total krank. Haben wir noch was? Rezept enthält Kronon. Mhm. Hör zu. Ich muss zu den Trockendocks. Kennst du den Weg? Äh. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Aber sie haben mich durch eine Sicherheitsstation in der Nähe hingebracht. Ich kann dir helfen, dort durchzukommen. Ich schulde es dir. Die Sicherheitsstation ist gleich da drüben. Markiert mit einem X. Mhm. Ich wusste, dass Monark eine dunkle Seite hat. Aber das? Sie kontrollieren die gesamten Medien. Einfach alles. Das hier können sie nicht vertuschen. Die Sache ist zu groß. Das können sie. Glaub's mir. Es ist zu. Ach. Okay, die Steuerung für das Tor muss hier irgendwo sein. Ja, ich sehe mal nach. Monark verdreht die Geschichte für die Medien. Sie behaupten, dass die Demo eskaliert ist und dass wir die Bibliothek in die Luft gejagt haben. Sie machen dich dafür verantwortlich, Jack. Hey. Es hat funktioniert. Das hält nicht lange an. Ich glaube nicht, dass du schnell genug bist. Das lässt sich ändern. Okay. Ich denke, du musst irgendwie auf diese Seite des Tors kommen. Oh, du meine Güte. Du bist genau wie die. Wie wer? Ich habe sie auf dem Weg hierher gesehen. Diese Hightech-Soldaten, die sich teleportieren können. Okay. Noch etwas, worauf ich mich freuen kann. Super. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ich würde meinen Verstand verlieren. Du bist einer von ihnen. Ich muss wissen, was hier los ist. Willst du die Büchse der Pandora wirklich öffnen? Du hast dich über die Gesetze der Physik hinweggesetzt. Ich denke, mir steht die ganze Büchse zu. Okay, mein Bruder hat das versucht zu erklären. Die Zeit ist ein Ei. Und das ist jetzt am Arsch. Ein Zeitei. Das ist... Es ist kaputt. Zerbrochen. Was weiß ich. Wie bitte? Wo kommt auf einmal das Ei her? Die Zeit endet und Monark hat was damit zu tun. Bring mich zu den Trocken-Docs. Dann werde ich herausfinden, warum. Vielleicht kommst du durch das offene Fenster im ersten Stock. Ja, das sollte funktionieren. Warte hier. Okay. Nun, ich kann dir sagen, was ich weiß. Aber wenn man alles zusammenfügt, ist das Ergebnis allerdings ziemlich verrückt. Alle glauben, dass Monark von diesem Schmiel auf Martin Patch geleitet hat. Aber hier ist ein Typ namens Paul Serene, derjenige, der das sagen hat. Offenbar war er es, der Monark 1999 gegründet hat. Und das interessierte daran, hier an meiner Universität gab es auch einen Paul Serene. Und er war der Leiter eines strengeren Physikprojekts. Da denkt man, es müsste der selben Typ sein, richtig? Falsch. Ich habe gehört, dass Monark der Universität das Projekt stehlen wollte. Aber warum sollte man versuchen, etwas zu stehlen, was seine Hälfte gewöhnt? Wirklich haben diesen Typ noch so viel einmal zu dem Kurs zu sehen. Okay, wir müssen irgendwie auf die Züge. Also hat Paul Monark gegründet. Ich muss zu dem offenen Fenster gelangen. Was ist mit dem Fenster? Hm, super. Wie kannst du, du kommst da durch? Hm. Hm. Hm, super. Aber guck mal Wieso haben wir den wegen geschleucht genommen? Ja ich bin schon dran Der verbogene Ich bin schon dran In Ordnung, das wäre erledigt Und wie jetzt noch was du erledigt hast Ja Dann wäre ich den noch sehr verbringt Hä Hat der denn jetzt verledigt? Können wir doch nicht rüber springen jetzt, oder? Nö Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? Okay So, machen wir da recht So langsam verstehe ich's In Ordnung, das wäre erledigt Coole Sache Geschafft Jetzt zur Tür Okay, Tonya gibt's nischt Ah Hm Hallo Ich bin auch noch hier Ja ja, gleich 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 Muss schnell mal fremde E-Mails lesen Na gut Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Standbild hat's schon aufgegangen Hier haben wir auch noch was Mr. Serenes Helikopter ist im Anflug auf Hey Clarice Bist du's? Hier ist HQ Alpha Charlie Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kanal freihalten Ist okay Clarice Hör mal, ich soll für Hedge auf Joyce suchen Ich hab Aufnahmen von Burke, wie ein A1 eine Wache kalt macht Jemand hat einen Monarch Truck offengelassen Jetzt überprüfe ich die Kameras in A3 Und entweder schlafen die Wachen, oder? Eben nicht Wenn du verstehst Verstehst du's? Joyce Und alles deutet darauf hin, dass er vor hat Einige supertörne Sandbogen zu zerstören Ich halte weiter nach dem Ausschau Wollt ihr euch nur schnell warnen, okay? Over und out, oder so Die ist ziemlich schön hergeschloppt Die hat nur wunde Finger Endlich Gute Arbeit Ich muss das in Ordnung bringen Ich werde mit Hilfe des Terminals hier oben herausfinden Was Monarch hier wirklich plant Perreiro, eine Augenzeugin vor Ort Amy, erzählen Sie uns, was hier los ist In unserer Gruppe waren welche, die wirklich übertrieben haben Scheiße Es kam zu, gewandt Es tut mir so leid, Jack Die haben mich dazu gezwungen Ich Ich weiß Du hattest keine andere Wahl Mit Hilfe der Karte dort drüben findest du sicherlich einen Weg Hm Ground Zero In derselben Gegend hatte mein Bruder seine Werkstatt Wahrscheinlich muss ich da durch, um zu Paul zu gelangen Paul? Paul Serene? Deshalb willst du also zu den Trocken Docks Ich hab noch eine Rechnung mit ihm offen Du bleibst am besten hier, bis das erledigt ist Ja Ich denke, du hast recht Ich werde die Tür für dich öffnen Okay, such nach einem Funkgerät, um in Kontakt zu bleiben Ich bin auf Kanal 3 Und pass auf Ja, du auch Noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet Ja, hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung Verdammt! Gegner! Jack, ich habe ein Funkgericht auf den Zug, alles in Ordnung? Ich bin noch am Leben Der Funkverkehr von Monarch spielt verrückt Sie haben ein Geräusch gehört und wissen, dass du kommst Sei vorsichtig Danke für die Warnung Ich glaube, da bist du da oben Wird ich ihn übersehen oder kommen wir da später noch hin? Okay Okay Gott zurück Ach, Zoll Rotflintenschütze rückt auf den Fall Arschloch Willst du Ärger? Feuer auf ihn eröffnen Hab ich nicht gedacht Ich glaube, das ist eins der erste Ende Gegner hier Vielleicht sollten wir den verlangsamen Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht